Hallo ihr Lieben und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu meinem neuen Video. Neulich hatte jemand in den Kommentaren einen Vorschlag gemacht, dass ich über Kampfhunde doch mal ein Video machen sollte. Und ich wollte das ehrlich gesagt schon sehr lange machen und es hat mir nur noch mal einen kleinen Denkanstoß gegeben, beziehungsweise eine kleine Erinnerung, das doch jetzt endlich mal umzusetzen. Also vielen Dank nochmal dafür. Ich hatte da auch schon eine ganze Weile ein bisschen Material zusammengesammelt für. Aber immer wieder kamen da so die anderen Themen und ich habe das immer wieder hinten angestellt. Aber jetzt ist es soweit. Hier ist endlich das Video, was ich schon echt viele Jahre lang machen wollte. Bevor ich in die Fakten und alles reingehe, möchte ich nochmal betonen, ich liebe diese Rassen sehr. Und das schon seitdem ich ein kleines Kind bin. Und seitdem ich ein kleines Kind bin, ca. wo ich so 8, 9 Jahre alt wurde, 10 Jahre alt, habe ich bereits angefangen über Hundezeitschriften, über Hundebücher mich für diese Rassen auch zu interessieren. Und damit habe ich natürlich ein sehr, sehr, sehr breites Spektrum an Wissen aufgebaut. Theoretisch sowie auch praktisch. Aber da kommen wir nachher noch dazu. Ich habe Bekannte, Freunde, Kontakte, alles Mögliche auf der ganzen Welt gehabt. Damals, wo das mit dem Internet noch nicht so publik war, hat man das per Briefeschreiben gemacht. Wir hatten ein riesengroßes Netzwerk, auch an Brieffreundschaften. Und da waren Leute dabei, die diese Rassen hatten. Also, weiß ich mal eben so mit diesen Vernetzen, das war schwierig. Ohne Internet, das kann man sich ja vorstellen. Man hat Fotos ausgetauscht, man hat Erfahrungsberichte ausgetauscht, man hat sich über die Armtafeln unterhalten, hat die Kopien sich geschickt, um eben zu gucken, welcher Hund ist da mit wem verwandt, wo sind da die Gemeinsamkeiten, die Auffälligkeiten. Das habe ich bereits alle schon als Kind getan. Und deswegen, also alles, was ich jetzt hier sage, ich habe nicht nochmal irgendwo nachrecherchiert, um zu gucken, wann jetzt wer was getan hat. Also sprich, wie hieß der Begründer des Bitbull Terriers, wie hieß der Begründer des Bull Terriers. Okay, mein Bull Terriers weiß, es war James Hinks. Aber ich habe extrem viele Bücher auch gelesen, nur ist das schon extrem viele Jahre her. Also nagelt mich nicht genau jetzt, in welchem Zeitraum wann was passiert war oder wann wer was irgendwie gemacht hat. Und das wer, ich und namen, ist ganz schwierig. Also ich hatte nochmal geguckt, ob ich zu Hause hier noch Bücher rumfliegen habe. Das Problem ist, wenn man schon in einige, ja, in viele verschiedene Orte dieser Welt gezogen, mein Deutsch heute ist schlimm, Entschuldigung, also wenn man da auch schon viel umgezogen ist und auch schon im Ausland gewohnt hat und so weiter, kann ich natürlich nicht alles immer mitnehmen hin und her. Da ist leider vieles auf der Strecke geblieben. Ich habe noch ein Buch hier von Dr. Dieter Fleick, der ist ja wahrscheinlich den etwas Alteingesessenen von uns allen ein Begriff und meiner Meinung nach einer der, ja, sagen wir es mal, ehrlichsten Menschen zu diesem Zeitpunkt gewesen, was diese Hunderassen betrifft. Und er war so die Koryphäe auf dem Gebiet, wenn es um Kampfhunde gegangen ist. Dr. Dieter Fleick war selbst ein Kynologe und hat selber Bulteria gezüchtet und diese Rasse auch mit maßgeblich geprägt. Und Bulma-Stef haben die, glaube ich, auch gezüchtet. Ich meine ja, das steht so in dem Buch. Die Bücher von Dr. Dieter Fleick sind selbst gebraucht. Heute ist es sehr, sehr teuer, aber auch sehr empfehlenswert, sich die mal anzuschauen, beziehungsweise durchzulesen, um ein gewisses Grundverständnis für diese Rassen überhaupt zu bekommen, gerade, was die ganze Historie anbelangt. Da haben, also alles, was man so heute so liest, auch im Internet, ist teilweise ein riesengroßer Blödsinn. Und deswegen kann ich das nur mal empfehlen. Da ich selber mit diesen Rassen, wie ich es vorhin schon erwähnt habe, schon so viele Jahrzehnte zu tun habe. Also das hat, wie gesagt, angefangen erst mal mit theoretischem Wissen. Ist ja klar. Und das war alles noch, bevor diese ganzen Rasselisten und die Hundeverordnungen rausgekommen sind, als ich angefangen habe, mich für diese Rassen zu interessieren. Da durfte man auch noch als Minderjähriger mit diesen Hunden auch mal spazieren gehen. Und heute sehe ich das auch anders. Ja, aber damals war das halt so. Und ja, ich bin öfters ins Tierheim gefahren. Und überall, wo ich einen Stephen Pit Bull gesehen habe, und am Bullterrier bin ich angehalten und habe... Das war einfach... Ja, Molosser, Pit Bulls, Bullterrier, das ist auch so meine Welt. Das kann man gar nicht anders sagen. Und es hat sehr lange, na gut, bis ich 16 war, gedauert, meine Eltern davon zu überzeugen, dass ich mir sowas ins Haus holen darf. Ursprünglich, bevor wir meinen ersten Hund bekommen hatten, also wir hatten schon immer Hunde gehabt, aber bis ich meinen Hund bekommen habe, das war eine weiße Schäferhündin. Ursprünglich sollte ein Amstaff bei uns einziehen. Ist aber wieder eine ganz andere Geschichte, warum es anders gekommen ist. Die Geschichte erzähle ich mal irgendwann, wenn es interessiert ist. Ja, wie im Film. Und ja, ich habe Hundeplätze besucht. Ich war auf den A-Stellungen. Ich habe viele Züchter besucht. Ich habe gezielt diese Züchter aufgesucht, die diese Hunderassen haben. Als American Bulldogs, Bullteria, Staffordshire Bullteria, Pit Bulls und so weiter, wie die alle heißen. Ich habe mich mit denen vernetzt. Später, wo das mit dem Internet dann so langsam kam und so die ersten Webseiten kamen und so die Kontaktmöglichkeiten, konnte man mit den Züchtern auch noch gut reden. Das ist heute so ein bisschen schwieriger geworden, aber das ist generell durch Social Media alles ein bisschen, nennen wir es mal, verruht. Das Ganze, was Kommunikation angeht. Mir wurde Infomaterial zugeschickt. Ich glaube, das erste American Bulldog-Buch habe ich damals von dem Robert Böhmer bekommen aus Bayern. Das war ja mit einer der allerersten damals, die hier auch den American Bulldog so ein bisschen geprägt haben. Und ich glaube, das zweite American Bulldog-Buch war von Gesa Fenge, wenn ich mich richtig erinnere. Mit der habe ich auch geschrieben. Und ja, also man hat sich so ein Netzwerk aufgebaut und das war alles noch, bevor ich meine ersten Hunde bekommen habe. Und ja, ich habe nichts anderes gemacht. Ich weiß, andere 16-, 17-Jährige sind den Jungs hinterher, gehen in Diskotheken und haben ganz andere Dinge im Körper. Ich habe mich für Genetik und Vererbung verarmt, rein für Linienzucht, für Inzucht, für Auskreuzung interessiert, für all diese ganzen Sachen, wofür sich normalerweise Leute in meinem Alter nicht so interessieren. Und ja, ich habe damals schon teilweise Leute beraten können zu ihren Hunden, auch wo ich noch minderjährig gewesen bin. Und die hatten auch erst, als sie mich nur so durch das Internet kannten oder mal so durch Telefon nicht gedacht, dass ich noch so jung bin. Und das hat mir auch viel... Heute würde das unter Mobbing fallen, wo man dann in die Foren gegangen ist und so weiter. Wenn ich das schon erzählt habe, was ich euch heute erzähle, wurde ich dafür damals ziemlich gemobbt. Ich habe es so nicht empfunden, weil so böse wie manche Leute sind, so habe ich damals noch nicht denken können. Und ja, da hatten die ein Problem mit, dass ich in meinem Alter dahingehend schon so viel wusste. Aber ich kann ja nichts dafür, dass die meisten sich dazu entschließen, erst mal ein Haus zu bauen, eine Familie zu gründen und wenn die Kinder dann älter sind, dann erst anfangen, sich damit zu beschäftigen. Und ich habe das halt schon relativ früh gemacht. Das ist nur mal so eine kurze Einleitung, damit ihr verstehen könnt, warum das mich mit dieser ganzen Thematik auch irgendwo betrifft. Ich habe das alles live damals noch mitbekommen, wie das Haar alles ins Rollen gekommen ist, der Umschwung mit den Rasselisten und dieses ganze Chaos. Ich möchte es heute ein bisschen strukturierter mal aufführen. Und ja, ich würde sagen, ich fange jetzt mal langsam an, weil um mich persönlich soll es eigentlich eher weniger gehen. Ich werde ein bisschen was einwerfen, also was meine persönlichen Erfahrungen sind. Aber so im Großen und Ganzen versuche ich es ein bisschen strukturell zu halten. Fangen wir doch einfach mal beim Ursprung an, was ein ursprünglicher Kampfhund eigentlich war. Dazu möchte ich jetzt erst noch mal sagen, dass kein Kampfhund generell grundsätzlich zum Kampfhund erst mal gezüchtet wurde. Das waren erst Rattenfänge. Der Bull Terrier ist ja entstanden aus dem English White Terrier. Den gibt es aber mittlerweile nicht mehr, also schon seit einer ganzen Weile nicht mehr. Und das, wie gesagt, waren Rattenfänger. Genau wie die Pitbulls, die Steffs. Damals war das noch ein Hund. Da gab es die Trennung noch nicht zwischen Pitbulls und Steffs. Und generell wurden diese, gerade diese Terrier-Rassen, die schnell waren und kräftig waren, wurden für eben auch Dachse und all dieses ganze Viechzeug, was man damals nicht im Haus haben wollte oder im Garten haben wollte, dafür wurden die ursprünglich alle mal gezüchtet. Es gab sogar, ja, den Pit, also die Pit damals, den, nennen wir es mal, den Ring, wo dann später die Hunde drin gekämpft haben, wurden da die Ratten reingelassen und der Hund, der in einer bestimmten Zeit so und so viele von den Viechern getötet hat, ja, der war dann halt irgendwann mal so der Champion. Das war der Ursprung vor allen diesen. Die wenigsten können sich das wahrscheinlich vorstellen, aber die englische Bull Terrier war der Ursprung aller Kampfhunde. Das mag man sich heute kaum vorstellen, den englischen Bulldog so kennt, aber alle anderen Bull- und Terrier-Rassen sind aus der Bulldogge gezüchtet worden. Demnach hätte eigentlich, wo die Rasselisten rauskommen müssen, die englische Bulldogge auf Platz einstehen müssen bei Kampfhunden, aber das ist ja ein Witz, wer die englische Bulldogge heute kennt. Zum damaligen Zeitpunkt aber war die englische Bulldogge eben im Wesen und auch im Körperbau. Eher so heute wie der Old-Englisch-Bulldogge, also was den Körperbau anging, aber vom Wesen her waren die damals noch ganz anders drauf. Und hier möchte ich nochmal kurz einwerfen, wie sehr Genetik Einfluss hat. Da komme ich aber später dazu. Diese Hunderasse, die Bulldogge generell, die wurden ja auch schon damals gezüchtet mit dem Vorbiss. Also, dass die unteren Zähne, viele von euch kennen das ja, die unteren Zähne gucken bei der Bulldogge meist immer ein bisschen raus. Meiner hat das auch. Und das war gezielt angezüchtet. Das ist keine, in Anführungszeichen, Deformierung, die versehentlich durch Überzüchtung passiert ist. Das ist auch nicht irgendwas, ja, ups, wie konnte das denn passieren? Oder irgendwie, ja gut, wenn man jetzt von der Anatomie spricht, wäre das schon eine Deformierung. Aber diese, in Anführungszeichen, Deformierung hatte zwar, hatte diesen Sinn, dass der Bulldog, jetzt muss man mal auf die Definition kommen, warum hieß der Bull? Wegen den Bullen, den Rindviechern. Die wurden damals noch an der Nase gepackt. Vielleicht können sich einige noch davon erinnern, dass es ganz rissere war, dass sie den Viechern einen Ring durch die Nase gezogen haben, wo sie die führen konnten, weil niemand kann sonst so einen Bullen oder so einen Orksen irgendwie führen. Funktioniert nicht, ja. Und das ist die empfindlichste Stelle bei den Tieren und das wurde damals eben so gemacht, ob das jetzt alles toll und richtig ist, das ist jetzt hier gar nicht das Thema. Aber die Bulldoggen wurden dafür eingesetzt, auch bevor es in den Hundekampf ging, diese Bullen zu treiben. Die brauchten eben damals nicht nur einen kräftigen Hund, sondern auch einen schnellen Hund. Die haben keine großen Hunde genommen, wie die Doggen, weil die waren nicht so schnell und auch nicht wirklich so kräftig. Also die brauchten schon einen Hund, der ein bisschen kräftiger und wendiger gewesen ist und ein bisschen schneller. Aber er muss natürlich auch die Muskulatur besitzen. Und der Unterbiss hatte die Funktion, dass wenn die Viecher so einen Bullen in Schachma halten mussten, dass die den in die Nase packen konnten, mit dem Vorbiss, ja, mit dem Vorbiss, den festhalten konnten und dann noch weiter vernünftig atmen konnten und einen Biss hatten, dass egal wie sehr sich das Vieh geschüttelt hat, der Hund hielt fest. Und jeder, der diese Rassen mal erlebt hat, wenn die sich ineinander verbissen haben, der weiß ganz genau, wovon ich jetzt rede. Also kurze Zusammenfassung nochmal. Die Hunde wurden dafür verwendet, um Ratten zu killen, um Mara, Dachse und so weiter fernzuhalten. Weniger wirklich jetzt als Wachhunde, also um irgendwie Menschen vom Grundstück fernzuhalten. Dafür hatten die damals immer ihre, schon ihre Hirtenhunde und ihre Mastiffs, also die Molosser, die waren da mehr für geeignet. Kommen wir auch noch später zu, warum das so war, sondern auch mehr wegen anderen Viecher und so weiter. Und die haben das mit den Bullen gemacht, daher trägt der Name Bulldog, also daher kommt der Name des Bulldogs aus dem Bullbiting, hat man dann später dann noch eingeführt, das Bullbiting, das wurde auch unter Bloodsport geführt. Also bitte, ich muss manchmal ein bisschen noch überlegen zwischendurch. Ich habe es jetzt hier nicht irgendwo in einem Buch noch oder in irgendeinem Manuskript. Ich muss jetzt so ein bisschen aus dem Gedächtnis noch so ein bisschen erzählen und das, was ich alles noch so weiß. Also Bullbiting-Sports oder Bloodsports, wie das früh genannt wurde, da gab es dann auch zur Belustigung der, insbesondere Unterschichten, dann so ganz ekelhafte Sachen. Man kennt das ja auch aus dem alten Rom, wo sie den Löwen die Zähne und die Krallen gezogen haben und die Menschen sollten dann, also die Gladiatoren oder auch Sklaven gegen die Viecher kämpfen und so haben die sich da auch einen Spaß mit gemacht mit den Bulldoggen und den, ja, mit den, mit den eben, mit den Bullen oder so und so weiter. Und da ging das dann so langsam in die Richtung Kämpfen, in der Pit. So, nun haben die sich natürlich so nach und nach, dann, man muss sich das mal so vorstellen, diese Idee, die kam man nicht mal eben über Nacht. das ist mit den Menschen mitgewachsen, so, ne, und, äh, die hatten damals noch kein Fernsehen, die hatten damals ein anderes Verständnis für Tiere. Die meisten Menschen, die haben die Tiere oder auch die Hunde noch nicht so gesehen, wie die meisten das heute tun. Ob das besser oder schlechter ist, sei jetzt mal dahingestellt. Ich meine das jetzt noch nicht mal wertend. Selbstverständlich gab es vor tausenden von Jahren auch Leute, die genauso liebevoll mit ihren Hunden umgegangen sind, wie wir das heute tun. Obwohl, wenn man sich mal auf der Welt umguckt, ist das auch an vielen Menschen vorbeigerauscht, ja, wenn wir uns die ganzen Tierschutzfälle mal so angucken, äh, hat das wahrscheinlich, also mit hoher Wahrscheinlichkeit nichts mit der Zeit als solcher zu tun, wie Menschen mit ihren Tieren umgehen. Und jedenfalls, die Leute, die haben dann irgendwann dann angefangen, okay, die Tiere, also die Hunde gegen diese Viecher antreten zu lassen. Ich sag immer Viecher, das klingt so abwertend, aber ihr wisst, was ich meine. Und ja, und sie haben dabei festgestellt, was wirklich wichtig ist, wenn so ein Hund im Kampf, ähm, was der überhaupt für Voraussetzungen mitbringen muss. Also ganz klar war natürlich, Muskelmasse, im Sinne, wie man das so heute von den Hunden kennt, das kann man vergessen. Da sind die, die sind zu langsam damit, die sind nicht wendig genug. Also fing man an, die Hunde so zu züchten, dass sie, ähm, feste, straffe Haut haben mit kurzem Fell. Weil da gibt es dann keine Hautfalten so richtig, wo man reinbeißen kann und wo die sich festhalten können. Und deswegen haben die Pitbulls und, also die Pitbulls insbesondere, diese ganz, ganz straffe, feine, dünne Haut. Also etwas, wo, ähm, ja, wo man nicht so leicht reinbeißen und festhalten konnte. Das war einer der Gründe, warum die eben in die Richtung gegangen sind. Auch die ganze Anatomie, wie die Pitbulls dann in, äh, auch der Bullterrier ja und der Amstiff, nur hatte man das damals alles noch nicht so genau abgegrenzt voneinander. Die Rassestandards, die kamen ja erst sehr viel später. Die haben erst einen Typus Hund, das hieß einfach Kampfhund oder einfach nur der Bulldog. Man hat sie früher, also auch im 18. Jahrhundert noch, einfach nur Bulldog genannt oder Pitdog, sowas zum Beispiel, ne? Und, äh, oder Bullbiter, ne? Äh, Aber die genauen Differenzierungen zwischen den einzelnen Rassen, die gab es zu dem Zeitpunkt noch nicht so wirklich. Das kam erst dann noch, ne? Und, ähm, ich blende gleich mal so ein paar Bilder ein, wie Pitbulls früher ausgesehen haben und was eigentlich ein wahrer, waschechter Pitbull ist, das könnt ihr euch jetzt erst mal so ein bisschen auf den Fotos angucken. Und dann schaut euch jetzt mal die Bilder an. Ich habe nur kurz aus dem Internet mal so eine allgemeine Zusammenfassung gemacht, ähm, Screenshots von gemacht. Ähm, da geht es ja auch um urheberrechtliche Gründe und dies und das, sodass ihr das, also das kann man auch öffentlich alles in Google finden. Also nicht, dass ihr denkt, ich habe da jetzt Privatfotos oder irgendwie sowas veröffentlicht. Das sind auch die einzigen Fotos, die nicht von mir sind, deswegen sage ich es jetzt vorab. Und was heute als Pitbull verkauft wird und dazwischen liegen Welten. Ihr braucht nur mal auf Instagram zu gehen und dort Pitbull eingeben. Ihr werdet so gut wie überhaupt keine Hunde finden, die irgendwas mit einem Original-Pitbull zu tun haben. Ja, das sind grundsätzlich unterschiedliche Hunde, äh, die mit eigentlichem Pitbull auch mit dem Wesen und mit der Anatomie überhaupt gar nichts mehr zu tun haben. Ja, aber es war ja nicht nur der Pitbull. Der Pitbull hat sich entwickelt aus der Bulldogge selbst mit Terrier-Einkreuzung rein, mit alten Terrier-Rassen, die es heute auch nicht mehr gibt, um da eben, ja, einen perfekten, nennen wir es mal, Gladiator von zu machen. Das hat ja auch einen Grund, warum Leute, die im Kampfsport tätig sind, dementsprechend so aussehen und welche Vorteile es hat, den und den Körperbau zu haben und nichts anderes halt ist das auch. Irgendwann dann, die Hundekämpfe, die, das, das war ja auch ein, naja, da wurde viel, viel, viel Geld mitgemacht und früher war das halt auch so, da haben die Unterschichten, äh, die Arbeiterklasse und so weiter, die haben da diese Hunde besessen. Das waren keine Hunde des Adels, wie zum Beispiel die deutsche Dogge, der irische Wolfshund und all diese Rassen. Diese ganzen Hunde Rassen gehörten tatsächlich der Arbeiterklasse und da merkt man das auch im Zuchtselektionsverfahren und auch, wie sich das Wesen dementsprechend gebildet hat, dieser Hunde, dass es da wirklich Unterschiede gibt, ja. Und, äh, da kann ich auch nur den Film mal empfehlen, der ist von 1900, war, müsste ich jetzt überlegen, 56, irgendwas um den Dreh, 1955, 56, der Film heißt It's a Dog's Life. Der Film ist super, das war ein Film, das war der allererste Film, den ich gesehen habe, wo ich Fan vom Bull Terrier geworden bin, da erzählt ein Bull Terrier quasi seine Geschichte. Also der Film ist, äh, ja, der Hund ist auch durch alles mögliche durchgegangen und der Hund, wie gesagt, erzählt das aus seiner Perspektive und da wird das quasi alles mal so ein bisschen, ja, demonstriert. Ich meine, der Film ist nicht blutig, sie haben keine schlimmen Szenen gezeigt, ähm, super schön gemacht, sehr spannend, unterhaltsam und auch sehr lehrreich. Also kann ich nur empfehlen, ich weiß nicht, ob es den heute noch irgendwo gibt, vielleicht, wenn man mal bei Amazon gräbt oder sowas oder vielleicht hat den irgendjemand noch irgendwo auf der Festplatte, ich glaube, ich habe den noch auf der Festplatte, aber ich glaube, der ist kaputt. Ich frage meine Freundin, die hat den auf jeden Fall. Ja, irgendwann dann, als die Hundekämpfe dann, Gott sei Dank, was heißt Gott sei Dank, das ist, ähm, die, äh, es hat ja die Kriminellen nicht davon abgehalten, weiterhin Hundekämpfe zu organisieren und das hat sich übrigens bis heute durchgezogen, also wer immer noch glaubt, das existiert nicht mehr, äh, da kommen wir aber später dazu. Jedenfalls offiziell wurden die Hundekämpfe verboten, das war 1910 oder ein bisschen davor, ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Und dann ist das halt entstanden, dass die Hunderassen, ja, für die Show, zur Begleitung und so weiter gezüchtet wurden, weil die Rassen haben an sich tolle Eigenschaften, die, äh, viele andere Hunderassen nicht haben, das muss man mal dazu sagen, äh, was so, deswegen sind diese Diskussionen um diese Rassen immer sehr kontrovers. Sie haben, ähm, ja, Wesenseigenarten, die sind loyal bis ins Mark, da kenne ich andere Rassen, bei denen das nicht so ist, aber es ist jetzt ein anderes Thema. Jedenfalls aber hat man gesagt, so, jetzt haben wir die Hunde, was können wir damit machen? Und, äh, es ging dann los, dass der Pitbull weiterhin rein auf Gameness gezüchtet wurde. Gameness bedeutet, ähm, Arbeiten bis zur Selbstaufgabe, um es mal so plump zu übersetzen. Die Gameness in einem Pitbull ist tatsächlich der, ähm, ein Pitbullhalter damals aus diesem Pitbull Germany Shop, das, ähm, werde ich nicht vergessen, das war, da gab es die D-Mark noch. Der hat mal zu mir gesagt, Gameness in einem Pitbull ist das, wenn der ein Loch gräbt und sich bis China ohne Pause durchgräbt. Und du fragst ihn, warum hast du denn das gemacht? Wird er dir sagen, keine Ahnung. Ich habe es einfach gemacht, das ist Gameness. bis zur Selbstaufgabe. Dafür wurden die gezüchtet. Das muss nichts mit Aggressionen zu tun haben. Diese Gameness, die kann auch im Hundesport eingesetzt werden. Aber die Halter, die sich diese Hunde anschaffen, die müssen wissen, was sie da an der Leine haben und was das überhaupt bedeutet. Und ich rede jetzt tatsächlich von alten Pitbull-Linien. Na, nicht diesen ganzen neu modernischen, äh, mit Molosser und Bulldog nochmal gekreuzten, Fettschwarzen, die da rumlaufen. Das hat mit Pitbull überhaupt nichts zu tun, sondern eben mit den richtig alten Pits und davon gibt es sogar noch welche. Ich kenne auch jemanden, der noch welche hat und ich habe immer mal wieder in den letzten Jahren Leute kennengelernt, die vom alten Schlag noch Pits haben. Ja, in Deutschland natürlich ein bisschen schwierig. Kommen wir später dazu, aber im Ausland ist das alt alles noch kein Problem. Also in den meisten Ländern, ne. Und somit wurde dann auch der American Staffordshire Terrier aus dem Pitbull quasi gegründet. Der American Stafford, der ging dann auch, äh, wurde auf der Farm mit eingesetzt, auch zum Viehtreiben, dies und das. Dem American Staffordshire Terrier wurden schon relativ, äh, früh danach wieder, äh, die Aggressionen mehr oder weniger rausgezüchtet. Also was heißt Aggression, das kann man so nicht sagen. Äh, nennen wir das mal die Gameness. Die Gameness, die blieb beim Pitbull und der Amsteth, der ging in Richtung Farm und Showhund und somit haben sich diese beiden Hundetypen aufgesplittet. Der American Staffordshire Terrier, der hatte einen, äh, 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 ja, anderen Körperbau bekommen und der Pitbull, der blieb, äh, der, der ging, ja, halt in eine andere Richtung. Ich werde Bilder einblenden, dann kann man das mal so ein bisschen sehen, obwohl die meisten von euch, die das Video gucken, ihr wisst, wie ein Pit und wie ein Staff aussieht. Das brauche ich euch gar nicht zu erklären. Mh, dieses Reihenrassigkeitsfieber, so wie ich es nenne, ist in vielen Hunderassen ein Problem und, äh, ja, im 19. Jahrhundert und davor war es immer noch gang und gäbe, dass gemixt und gekreuzt wurde, bis man sein Optimum dann eben dementsprechend zusammen hatte, wie man es haben wollte. Beim Pitbull, beim Steff ist es halt so, äh, da wurde auch schon mal der eingekreuzt, der Steff als Pit verkauft und umgekehrt. Deswegen ist das wirklich sehr schwierig, da tatsächlich an alte, reinerbige Linien nennen, was jetzt mal so zu kommen. Ähm, ich weiß gar nicht, ob es diese Linien im eigentlichen Stil noch gibt, wenn überhaupt in USA und dann in einigen Bundesstaaten, weil in nicht wenigen Ländern ist ja auch die Zucht des Pitbulls verboten worden. Also, äh, anhand der Ahntafel und Zuchtbücher sollte das ja rückzuf... äh, also, sollte man das ja zurückverfolgen können, ne? Aber jedenfalls, der Pitbull, der blieb so ein bisschen in der Liga Gameless Sport und so weiter und auch weiter im Untergrund als Kampfhund tätig. Der Bulteria, der ist auch vom Rattenfänger in die Kampfhundegeschichte, na, aufsteigen will ich es jetzt nicht nennen, ne? Aber ist halt ebenfalls Kampfhund gewesen, der Armstaff ebenfalls. Aber dann splittete sich das alles raus, als die Hundekämpfe verboten wurden, ist der Armstaff, wie gesagt, dann mehr so der Farmhund geworden, hat beim Viehtreiben und hat auch Wachhund-Eigenschaften entwickelt, beziehungsweise die wurden mit angezüchtet, damit der Armstaff eben auch, ja, ja, auf der Farm eine gewisse Schutzfunktion ebenfalls hatte. Ähnlich wie beim American Bulldog ist das so ein bisschen der Allrounder, nennt man das. So ein Hund, der quasi alles kann. Muss man mal ganz klar so sagen, ne? Und, äh, der, der, der Bullteria, der ging mehr so in die Showgeschichte rein. Ne? Der Bullteria, der hatte früher nicht so einen Papageinkopf, wie die das heute haben. Bullteria hatten früher wirklich sehr, sehr schöne Kämpfe. Die sahen aus, wie aus Stein gemeißelt. Also, ich mochte die damaligen Bullteria auch sehr viel lieber, als diese Papageienschädel heute. Das hat nämlich mit dem Bullteria alles nichts mehr zu tun. Mein Bullteria, den ich hatte, der war auch, der sah aus, äh, ja, wie gezeichnet. Kann man anders gar nicht sagen, ne? Jedenfalls, äh, die Schullinien sind entstanden. Es gab dann den Amstaff, äh, irgendwann ist der ja auch anerkannt worden, als Rasse vom American Kennel Club. Und wann die in die FCI gekommen sind, kann ich jetzt auch nicht so genau sagen. Das ist ja auch im Prinzip gar nicht so wichtig, wann das alles passiert ist. Der Pitbull ist bis heute keine anerkannte Rasse vom FCI. Es gibt zwar einzelne Organisationen, äh, die den Pitbull anerkennen, aber ist eben kein FCI-Hund. Deswegen ist der Pitbull per Definition auch kein Rassehund. Ein Rassehund, äh, ja, ist per, äh, FCI-Anerkennung nur gegeben. Ja, mit der FCI-Anerkennung. Und eine Anerkennung kann man nur beantragen, wenn man, äh, ähm, wenn man mehrere unterschiedliche Linien, ich glaube, ah, lasst mich nicht lügen, sieben, acht, neun unterschiedliche Linien vorweisen kann. In der Rasse, ich glaube, dann kann man das beantragen, so wie die das damals beim weißen Schäferhund auch gemacht haben, weil die Schweizer schneller waren als wir. Lustigerweise heißt der Hund auch nicht mehr, äh, heißt der Hund jetzt auch Schweizer weißer Schäferhund. Ja, so einfach ist das, ne? Und, ja, Bull Terrier auch sind alle, also die Hunde sind offiziell, bleiben wir jetzt beim Offiziellen, von dem ganzen Kampfhundgedöns weg. Und, äh, sie haben vielleicht, wenn überhaupt noch als Rattenfänger, Schlangenfänger fungiert. Also in Südafrika ist es noch völlig gang und gäbe, dass Pitbulls und Bull Terrier, äh, zum Schlangen- und Rattenfangen und so weiter eingesetzt werden. Und das machen die auch absolut hervorragend, weil kein, kaum eine andere Hunderasse, vielleicht noch der deutsche Jagdterrier und vereinzelt andere Terrier-Rassen, sind so wahnsinnig, ähm, dass die, im wahrsten Sinne des Wortes, durchs Feuer gehen würden, um, äh, diese Viecher zu packen, ne? Also deswegen verstehe ich immer nicht, warum Leute glauben, sie haben eine Hunderasse, die jahrzehntlich, jahrhundertelang auf diese Eigenschaften gezüchtet wurde und zu Hause soll er dann immer lieb dann mit den Meerschweinchen schmusen. Das ist immer so ein Ding, das ist, äh, ja, das ist so ein bisschen Walt Disney-Syndrom, ne? Und, ja, was bedeutete eigentlich der Begriff Kampfhund damals? Damals war das, damals zählt bei mir alles, was vor 2000 gewesen ist, ja? Das ist auch schon eine Weile her. Äh, alles was, äh, nach Pitbull, äh, alles was so Pitbull-artig aussah, war eben ein Kampfhund. Und keiner dieser Besitzer, dieser Hunde hatte damals ein Problem mit der Begrifflichkeit. Das haben wir alle nur heute, aber heute sind ja alle offended mit jedem Scheiß. Ne? Heute fühlt sich ja jeder wegen irgendwas angegriffen, diskriminiert und, äh, wir sind ja auch so eine, so eine Wortpolizei geworden, was absolut unnötig ist, ähm, damals war ein Kampfhund ein Kampfhund fertig, ja. Heute ist das alles ein bisschen anders, komme ich aber später zu, ne? Die Leute halt, die hatten damit kein Problem, wenn es hieß, das und das ist eben ein Kampfhund, weil die wussten alle ganz genau, dass man vor Steffs, Pils und Bulltierern als Mensch überhaupt gar keine Angst zu haben braucht. Und warum nicht? Weil diese Hunde auf bedingungslose Menschenfreundlichkeit gezüchtet wurden. Was ist bedingungslose Menschenfreundlichkeit? Ähm, Ja, ich blende jetzt mal ein Video ein, ich warne vor, das kann, äh, enthält, für manche Leute, die da keine Ahnung von haben, keine Erfahrung mit haben, äh, ist das verstörendes Material, wie das aussieht, wenn sich Pits ineinander verbissen haben und wie die, ähm, ja, da haben sie in Brasilien einen illegalen Hundering, äh, hochgenommen, also einen Hundekampfrigen. Guckt's euch kurz an. Komm mal her, komm mal her. Beamte der brasilianischen Polizei platzen mitten hinein in ein grausames Spektakel. Ein Hundekampf, organisiert für das perverse Vergnügen eines guten Dutzends Zuschauer vor Ort und für eine unbekannte Zahl von Online-Nutzern, die über das Internet ihre Wetten platzieren. Die Beamten finden insgesamt 19 Pitbulls. Einige tragen offene Wunden, viele sind vernarbt und unterernährt. Tiere, die zum Kampf nicht taugten, landeten offenbar direkt auf dem Grill. Die beteiligten Männer sollen einem internationalen Hundekampfring angehören. Neben Brasilianern werden ein Mexikaner, ein Peruaner und der Schiedsrichter des Kampfes aus den USA festgenommen. Fast alle sind gegen Kaution schon wieder auf freiem Fuß. Nur der mutmaßliche Organisator der Kämpfe sitzt noch in U-Haft. Welches Schicksal den geschundenen Tieren bevorsteht, ist nicht bekannt. Ihr habt also jetzt gesehen, wo die Polizei reinkam. Die Pits waren in der Pit gewesen und waren ineinander verbissen. Wir reden jetzt nicht von dem Zustand der Hunde und ob die auch unterernährt waren. Das ist jetzt erstmal irrelevant für dieses Thema. Ihr habt gesehen, diese Hunde haben nicht losgelassen und haben sich umgedreht und dann in ihrem Trieb die anderen Leute angefallen. Habt ihr das beobachten können? Nein. Und warum nicht? Weil das angezüchtet ist, das Verhalten. Und das ist ein erwünschtes Verhalten. Das bedeutet, die Hunde, die sich ineinander verbissen haben. Das ist übrigens auch ein Verhalten, was angezüchtet und erwünscht ist und was nicht Folge einer unkontrollierten Aggression ist. Das hat damit überhaupt nichts zu tun. Das hat auch mit Aggression nichts zu tun, weil diese Hunde ein anderes Kampfverhalten haben. Wenn sie sich erstmal etwas verbissen haben, das macht nicht so viel Schaden, wie viele Schäferhundrassen, die mehrfach ankommen, beißen und reißen. Das haben wir reingestellt. Und ich habe das selber schon am eigenen Körper mehrfach erfahren, wie das ist. Mal so einen Hunde Kampf zu trennen. Und wenn es keine Pitbulls oder Bulldoggen, äh, keine Pitbulls, wenn es keine Pitbulls oder Bullterrier oder sowas sind, muss man damit rechnen. Gerade auch, je nachdem, was für ein Kampf das gewesen ist, wodurch der entstanden ist und wer mit dabei ist, dass du auch mal dazwischengrätschen kannst. Gerade bei Molossern kann dir das immer mal passieren und so weiter. Das heißt aber nicht, dass die Hunde das beabsichtigend machen. Aber bleiben wir jetzt mal bei diesen Rassen. Die, äh, das war nicht erwünscht. Hunde, die in diesem Trieb, also gerade wenn sich die Gainess, nennen wir es mal so, hochgeschaukelt hat bei diesen Hunden und da musste der Hundekampf getrennt werden, weil ganz, ganz früher war das noch unter den Anführungszeichen seriösen, ja. Sofern man da irgendwas als Seriosität bezeichnen kann. Aber damals war das eben so, dass ein Hundekampf abgebrochen wurde, bevor der andere Hund gestorben wäre oder bevor der so schwer verletzt wurde, dass der an seinen Verletzungen elendig zugrunde gegangen ist. Also bei den, wo das noch offiziell war, gab es da Regeln. Im Untergrund sah das schon immer ein bisschen anders aus, aber damals war es dann halt so, da mussten die Hunde dann eben getrennt werden und ein Hund durfte nicht an die Menschen, den Menschen beißen. Und das gibt es bei keinen anderen Hunderassen. So was gibt es nicht. Wenn Hunde sich in einen Kamm verstricken, dann sind die so voll mit Adrenalin und die sind dann teilweise so in Raserei, dass die gar nicht mehr wissen, wen sie packen und bei diesen Hunden ist das nicht, weil da eben, ja, nennen wir es mal, ein genetisches System reingezüchtet wurde. Und daran erkennt man das. Und deswegen ist jeder Hund, der Menschen anfüllt, der als Pitbull bezeichnet wird oder als Death oder so, es isst keiner, weil das tun diese Hunde nicht. Reinrassige Hunde diesen Typus tun so etwas nicht. Da können, ihr kennt diese ganzen Fälle von misshandelten Kampfhunden, denen, die das Schlimmste angetan wurde. Die kannst du gegen die Wand klatschen, da haben Leute Zigaretten drauf ausgedrückt. Die haben ihre Hunde lebendig angezündet und die haben es überlebt und die kommen trotzdem wieder schwanzwedelnd und devot zu ihrem Menschen zurück. Das ist diese bedingungslose Menschenfreundlichkeit und das ist das, was in diese Rassen reingezüchtet wurde. Und das macht diese Hunde so attraktiv für eben Verbrecher. Die wissen das. Und das ist das riesige Problem gewesen, was wir insbesondere vor diesen Rasselisten gehabt haben, dass man diese Hunde wunderbar in Anführungszeichen misshandeln kann. Und die kommen trotzdem immer wieder zu dir zurück und sind treu ergeben. Also man konnte diese Eigenschaft auch missbräuchlich verwenden. Also weil die Leute, die sagen ja immer, Mensch, war ein Hund, der so misshandelt wird, der beißt doch mal irgendwann sein Besitzer. Ja, nee, eben nicht. Und das ist das, was die Leute verstehen müssen, wie stark Genetik ist. Ich weiß, die Kynologen untereinander und diese ganzen Hundeverhaltensforscher, die sagen, dass Aggression nicht angeboren ist oder jein. Da kann ich aus Erfahrung ganz andere Sachen sagen. Ich kenne auch kaum Kynologen. Der einzige, den ich gekannt habe, war Dr. Dieter Fleick, der das alles mal so zur Sprache gebracht hat, dass in bestimmten Rassen gewisse Eigenschaften vorhanden sind, die, wenn sie in falsche Hände gelangen, und das ist ja leider ziemlich oft vorgekommen, und wäre das nicht so oft vorgekommen, hätten wir die Probleme mit diesen ganzen Gesetzen nicht, dass das schon mal unschön enden kann. Aber, wie gesagt, da kommen wir aber dann nochmal später dazu. Ja, ich lese diese Debatten, beziehungsweise früher habe ich mich in diese Debatten eingeklinkt im Internet von Leuten, die mit diesen Hunden nichts zu tun hatten oder irgendwelche Mischungen aus diesen Hunden hatten und einem dann immer so ein bisschen die Welt erklären wollten. Die sich in ihrer schönen Fantasie Disney World in ihrem Kopf immer nicht ausmalen konnten, dass es auch andere Seiten gibt. Das gilt übrigens nicht nur für diese Rassen, sondern für andere Hunderassen auch. Ich sage nur zum Beispiel der Rhodesian Ridgeback. Da denken Leute tatsächlich, diese Hunderasse ist dafür gezüchtet worden, um an Löwen zu gehen. Habt ihr eigentlich eine Ahnung, was es braucht in einem Hund, an einen Löwen zu gehen? Der Rhodesian Ridgeback und kein anderer Hund geht an einen Löwen. Ich weiß, diese fantasievolle Vorstellung, der Rhodesian Ridgeback ist ein Klappspaten. Ja, der hatte aber gar kein Schneid, um an so einen Löwen zu gehen. Der einzige Hund, der wirklich an einen Löwen gehen würde, wäre der Pitbull. Und vielleicht der deutsche Jagdtherrier. Aber da ist dann auch schon Feierabend. Weil diese Hunde sind, da ist Gameness, die sind lebensmüde im wahrsten Sinne des Wortes. Die haben diese Verhaltensweisen nicht. Wie die normalen Hunderassen sagen was mal so. Und dann habe ich mich mal mit einer Pitbull-Züchterin drüber unterhalten. Und das stimmt, es ist halt einfach so. Die würden auch noch, wenn sie in Flammen stehen würden, würden die noch angehen. Und kein anderer Hund würde das tun. Und das ist das, was diese Hunde in falschen Händen gefährlich macht. Aber nochmal, das hat mit Aggression absolut überhaupt nichts zu tun. Das ist nicht ein aggressiveres Verhalten. Diese Hunde beißen auch nicht irgendwie sofort zu oder schneller zu oder so. Nur sie haben schon eine ganz andere Kommunikation. Sie haben eine andere Körpersprache als ein Labrador oder als ein Schäferhorn. Und das ist der Hauptgrund, warum es knallt unter diesen Rassen. Weil ganz viele Leute, die heute heißen sie Listenhunde haben, die haben überhaupt gar keine Ahnung, was die da an der Leine haben. Die holen sich diese Rassen auch gerne über den Tierschutzverein. Ich frage mich bis heute noch manchmal, unter welchen Kriterien sich die Tierschutzvereine diese Halter aussuchen oder wie überhaupt diese komischen Leute an diese Hunde kommen. Weil der ja Import ja seit 2000 verboten ist für diese Rassen in ganz Deutschland. Und ich habe keine Ahnung. Die Zucht ist zwar schon seit ein paar Jahren wieder erlaubt für manche Rassen in manchen Bundesländern. Aber so dumm können auch die Züchter nicht sein, diese Hunde an derartige Idioten abzugeben. Verbeißen ist kein Anzeichen von gesteigerte Aggression oder mehr Gefährlichkeit. Woher das Verbeißen kommt, haben wir eben schon, haben wir eben schon, ja ich und mein anderer sich, wir haben es eben schon, jetzt bin ich schon wieder da, ich habe es eben erklärt, woher das Verbeißen kommt. Wer damit nicht umgehen kann und keine Ahnung hat, was er tun soll, Finger weg von diesen Rassen. Und jetzt habe ich von diesen ganzen Schlaumeiern im Internet schon ganz oft gelesen, war auch mal ein Riesenthema in einem Bullteria-Forum, wo ich wirklich erschreckt war, sprachlos war und teilweise Magenschmerzen hatte, was die Leute da glauben, an der Leine zu haben oder was die da zu Hause bei sich auf dem Sofa haben. Ich würde sagen, über 60% haben geleugnet, dass es Verbeißen im Bullteria überhaupt gibt. Da habe ich nur noch mit der Hände über den Kopf zusammengeschlagen und die anderen haben behauptet, das läge an der Erziehung und an der Sozialisierung. Interessant. Was eine, 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 manchmal kann man es einfach nicht fassen. Also die Leute, die neigen ja sehr zum Verdrängen und nur weil ihr Hund es noch nicht getan hat. Glauben sie, sie machen ihre Beziehung, ihre Beziehung ist besser zum Hund, ihre Erziehung ist besser und sie haben den Hund einfach besser sozialisiert und ich kann zu drei Punkten sagen, nein, Schwachsinn. Das hat damit alles überhaupt nichts zu tun. Und nochmal, diese Art Kampfverhalten hat nichts damit zu tun, dass diese Hunde gefährlicher sind. Ja. Sie sind nur anders. Und warum hat der Pitbull-Besitzer, der Ahnung, hat meistens immer einen Breaker mit im Rucksack? Diese Leute, die kennen das schon, die kennen das in Anführungszeichen Problem. Ich möchte dazu sagen, nicht jeder Hund dieser Rasse hat dieses Verhalten, weil es gibt auch, wie bei Jagdhunden, ach, es gibt Jagdhunde, die haben einfach keinen, die haben keinen Jagdtrieb. Soll es geben. Die haben dann aber auch nicht für die Jagd getaucht. In der Regel hat man die dann auch nicht mit in die Zucht eingesetzt. Und dasselbe ist bei diesen Hundenrassen auch. In ganz, ganz perversen Schichten, wo immer noch Hundekämpfe weiterhin durchgeführt wurden, wo ganz, ganz ekelhafte und furchtbare Methoden angewendet wurden, um die Hunde in Anführungszeichen scharf zu machen, obwohl man diese Hunde nicht scharf zu machen braucht. Das ist wieder eine ganz andere Geschichte. Da wurden, ja, da werden Methoden angewendet, die sind barbarisch, ich glaube, noch nicht mal im alten Rom waren sie so drauf, wie das, was diese Typen da machen. Das sind ja vorrangig Typen. Und, ähm, äh, ja, das, äh, ist schon ziemlich krass. Und jedenfalls ein Breaker ist ein Stick, den, wenn die Hunde sich verbeißen, den schiebst du hinten einmal durch, 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 durch den, also durchs Maul, einmal so durch und hebelst den kurz wieder auf, weil in der Regel lassen die von alleine nicht los. Und ich gebe jetzt nochmal den 1-Million-Dollar-Tipp. Habt ihr einen Pitten, Bullteria oder irgendwas aus dieser Richtung? Draufschlagen, einen Eimer Wasser, oder rumschreien oder auseinanderzerren zu versuchen, da macht ihr übrigens die Hunde mit kaputt, wenn sie sich ineinander verbissen haben, ist das so ziemlich dümmste, was ihr tun könnt. Ja? Und deswegen, die Leute sind immer völlig fix und fertig, wenn Tag, ich nenne das immer Tag X, bei ihnen eintritt. Ja? Und, äh, warum es dazu kommt, dass die sich verbeißen, ne? Aus welchen Gründen und wieso und überhaupt, ist ein anderes Thema. Da kommen wir dann später nochmal dazu, ne? Und nochmal, dieses Verhalten dieser Hunde ist überwiegend Linien und nicht Rasse abhängig. Das sind zwei ganz unterschiedliche Komponente, weil auch wenn man, also man geht, natürlich schützt man erstmal alle über einen Kamm. Das muss man so machen, damit man eine gewisse Distanz und einen gewissen Respekt erstmal, das sollte man aber bei jeder Hunderasse machen, auch bei dem Härtenschutz und gehst nicht davon aus, dass es ein Labrador ist. Und genauso muss man davon ausgehen, dass wenn man eben einen Pit, einen Steff oder einen Bull Terrier hat, dass man da eben eventuell einen Hund hat, der mit anderen Hunden ein bisschen kitzlig sein könnte, ja? Und, ähm, dazu sei aber gesagt, dass es Hunde durchaus gibt, die in der Pit gekämpft haben, aktiv, draußen auf der Straße mit fremden Hunden, die überhaupt gar keine Probleme haben. Und dieses Verhalten können ja auch viele Leute nicht verstehen. Die Kampfhunde, die in der Pit kämpfen, trefft ihr auf der Straße in der Regel ja nicht. Die kommen nicht raus zum Spazieren. Die leben auf den Grundstücken und die leben im Zwinger und die seht ihr nicht. Und deswegen kommen diese Leute immer darauf, es gäbe heute keine Kampfhunde mehr. Ja, selbstverständlich gibt es die, ja? Diese Leute sollten meiner Meinung nach solche Hunde nicht halten. Ja? Das sind absolute Realitätsverweigerer. Das ist, ich verstehe jeden Einzelnen, der diese Liebe zu diesen Hunden hat. Ich liebe auch Bull Terrier über alles und ich finde Pits auch super und diese ganzen Rassen und ja gut, ich kann mit denen umgehen und es ist auch nicht schwieriger oder komplizierter mit diesen Rassen umzugehen oder dass man aus denen einen ganz völlig normalen, alltagstauglichen Hund machen kann unter bestimmten Regeln. Ja? Ist das alles überhaupt kein Problem? Man muss es nur verstehen. Genauso wie man das verstehen muss, dass wenn du dir einen karkasischen auf Charka holst, dass der eventuell nicht mit dem Schwanz wedelt draußen auf dem Grundstück, wenn dein Besuch eintrudelt, den er vorher vielleicht noch nicht gesehen hat. Oder dass dein Deutsch-Drater eventuell dir in den Teich springt und dir mal eine Ente bringt. Oder dass dir dein Jack Russell mal mit einer Ratte im Maul ankommt. Oder dass der Border Collie irgendwie anfängt, plötzlich deine Gänse auf dem Hof zu hüten oder wenn er keine Gänse hat, irgendwas anderes. Manchmal machen die das ja sogar mit kleinen Kindern. So, das ist immer alles völlig normal. Aber wenn diese Rassen dann eben, ja, das tun, wovor sie mir ganz ursprünglich für gezüchtet wurden, dann sind alle immer völlig aus dem Häuschen und glauben, sie hätten in der Erziehung was falsch gemacht oder haben den Hund von einem schlechten Züchter gekauft oder, oder, oder. Und damit muss ich mir mal fragen. Die behaupten immer alle, sie hätten sich mit ihren Rassen beschäftigt, bevor sie sich die angeschafft haben. Aber das ist auch nur bla, bla. Das hat mit der Realität auch nichts zu tun. Wir sehen uns alle,